Ich war nicht vorbereitet, dass ich das heute sagen sollte, aber habe ich das jetzt zufällig noch gesagt. Ich habe wieder verendet meine Englische im Jahre Abitur im Jahre 1938. Wie viel ist das Jahre? 60 oder 70? 38 sind es. 69, 79 Jahre sind es sehr. 38, 39, 39, 79, 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 79. Wenn du 1938 das Abitur gemacht hast, gibt es jetzt 2079 Jahre. Vielen Dank. Sehr froh. Dankeschön. 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 Dankeschön.